Wassereimer mit einem Joch transportieren, Armbrust schießen, Schuhe besohlen, einen Text in alter Sprache übersetzen und ein Wildeshauser Stufengiebel aus Ton modellieren. Diesen fünf Aufgaben stellten sich am Dienstagmorgen 28 französische Austauschschüler des Collège Sacré-Cœur aus Evron. Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski und der Leiter des Gymnasiums Rolf Schirakowski hießen die Gruppe im Ratssaal des Historischen Rathauses herzlich willkommen. Im Anschluss an den Empfang konnten die Schüler die Wildeshauser Kultur selbst kennenlernen und typische Dinge ausprobieren. Die Gästeführer Norbert Hellmann, Wiebke Grieshopp und Carola Müller haben die eingangs beschriebenen fünf Stationen aufgebaut, die die 14- bis 15-Jährigen absolvierten, um den Wildeshauser Meisterbrief zu erlangen. Bis zur Abreise nächste Woche Donnerstag haben die Schüler noch einiges vor. Unter anderem geht es nach Lübeck, Hamburg und ins Museumsdorf nach Kloppenburg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017